So! Und ja, diesmal begrüßen wir euch mit Let's Play Together Portal. Wir nehmen das mit dem Let's Play Together ein wenig wörtlich, denn... Wir spielen tatsächlich zusammen und zwar werde ich die Maus übernehmen. Und ich übernehme die Tastatur. Das wird einige lustige Levels geben, vor allen Dingen weil man es beim ersten Run alleine schon teilweise nicht schafft. Ja, ich habe meinen ersten Run alleine noch nicht so ganz durch, dafür habe ich die ersten schon ein paar Mal gespielt. Immer noch nicht? Nein, immer noch nicht. Oh mein Gott. Sorry, ich habe im Moment wirklich Besseres zu tun. Ja, okay. Oh, wir haben uns gerade mit einem Radio verletzt. Da fällt mir, hast du wirklich schon Ja, Nein, Schwarz oder Weiß gesagt? Ich glaube nicht. Das war knapp. Denn Tingle und ich und eine Freundin von uns, wir hatten letztens eine Wette laufen, dass wir in einem normalen Gespräch nicht Ja, Nein, Schwarz oder Weiß sagen dürfen. Tingle hat verloren, deswegen darf er in der ersten Folge, beziehungsweise in der ersten Aufnahme, wie wir gerade eben festgelegt haben, nicht Ja, Nein, Schwarz oder Weiß sagen. Sagt er dies mehr als drei Mal, muss er sowohl mir als auch meiner Freundin eine Tafel Schokolade schenken. Das ist total schrecklich, Leute. Ähm. Ich habe ihn sogar noch gefangen. Wow. Erstaunlich. Ja, ne? Okay, das sind jetzt noch die einfacheren Level. Wie ihr schon merkt, wir labern einfach über GLaDOS drüber. Ja. Ähm. Wer unbedingt wissen will, was sie sagt, darf gerne unten die Untertitel lesen. Wer des Englischen nicht fähig ist, selber schuld. Hm. Genau. Es ist so schrecklich. Ja. Denn ich habe die Wette nicht verloren, das heißt, ich darf fröhlich vor mich hin labern. Oh, deren Tingle hier sich... Lauf, lauf, lauf... rück, rück, rück... ...irritiert sich hier quält. ...hopp, hopp... rein, rein... Weặt raus 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 Ja 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 Erstes Leben verloren? Das war so klar! Ich hasse es. Ich muss mich jetzt extrem zurückhalten. Ja, du wirst doch in der ersten Folge deine drei Leben verlieren. Hoffentlich nicht. Er war so kurz davor, wieder Ja zu sagen. Mhm. Es gibt einfach Worte, die ist man gewohnt, nicht wahr? Stimmt. Schade aber auch. Zweimal hintereinander fall ich nicht aus sowas rein. Ich muss jetzt gerade immer extrem überlegen, diese Worte nicht zu sagen. Mhm, vor allem Ja ist ja auch überhaupt nicht oft in irgendwelchen Sätzen einfach so eingebaut, ne? Kaum. So, und die Portal-Kanone! Yay! Dann drauf, da fallen da, wie auch immer. Ja, ja. GLaDOS labert irgendwie viele am Anfang. Ja, ne? Relativ. Das hatten wir nicht vor. Schieß das Ding weg. Ach, die Worte. Das können wir auch, glaube ich, gar nicht, oder? Hm? Direkt da vorne reingucken. Äh, ich glaube nicht. Theoretisch ja, wenn man das Ding loslassen könnte. Das Bring Young Daughter to Work Day, was für ein Tag ist das? Bitteschön! Wir, äh, bekommen doch gleich die andere Portal-Kanone. Ja? Lass da mal reingucken. Kann man nicht. Kann man wohl. Ach so, stimmt. Ne. Doch. Ne, man kann das... Wie willst du das machen? Man kann ja nicht das Orange und das Blaue direkt übereinander legen. We're doing quite well. Äh... Kann man nicht. Schieß da unten hin! Ach so, Entschuldigung. Das eine Ding dreht sich dann da doch noch. Während sich das dann da noch dreht, können wir uns doch vorstellen. Hm? You know? Nicht ganz sicher. Naja, wir sehen's ja gleich. Stimmt. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich, Leute. Und schon... 5 Minuten Aufnahme, das heißt... 4 Minuten... 8... Ne, 52 oder sowas. Sooo... Oh... Nein, nein, sobald die Zorn schon voll gestaltet wurden, soll ich jetzt ein bisschen gestorpt sein. Ja, do not destroy vital testing apparatus. Haha, da war das nächste! Sie merkt auch alles. Ja, merkt sie. Ausnahmsweise mal. Ich will keine Tafeln Schokolade bezahlen. Du hast ja gerade eben selber vorgeschlagen. Ich glaube, das muss ja irgendwie fair sein. Ich glaube, du hast gerade eben gesagt, das muss ja irgendwie fair sein, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir werden spätestens in den Kommentaren lesen. Aber ich glaube nicht, dass du noch den Rest der Folge durchhältst. Eher unwahrscheinlich. Das heißt, im Notfall habe ich sogar noch ein Sicherungsjahr. Mhm. Oder nein. Oder schwarz oder weiß. Welche Farbe haben nochmal Wolken? Beige. Beige? Das finde ich ist echt das Beste. Die Stimme ist eh am geilsten. Ja. Aufzug, 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 aufzug. Klados, lass uns durch. Dankeschön. Oh Gott. Äh. Darüber. Da. Ohaha. Yes. Lauf, 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 lauf! Ja, ist ja gut. Ja. Too lame. I know, weil du das Portal scheiße geschossen hast. Das Portal war nicht scheiße geschossen. Doch. Sieh doch nochmal hin. Doch. Das liegt ja genau mittig. Zumindest ziemlich mittig. Oh, das war knapp. Gar nicht wahr. Schießt beim nächsten Mal in die Portale gefälligst besser, wenn wir beide noch hinwollen. Das war jetzt definitiv ein Ja. Ja. So. Vielen lieben Dank für die Schokolade. Kein Problem. Und du hast noch nicht mal ne halbe Folge durchgehalten. Ich weiß. Ich bring's euch morgen mit zur Schule. Dankeschön. Der Vorteil ist, jetzt bin ich das Ding los. Jaja. Ich werde trotzdem mal versuchen, es durchzuhalten. Erlösen wir ihn mal. Ja, ich versuch's halt trotzdem mal. Vielleicht versuch ich's in einer der nächsten Folgen auch mal. Das wär mal lustig. Oh Gott. Machen wir das in der nächsten? Dass wir das beide dann mal versuchen? Können wir machen. So ein Doppel. Jetzt bist du dran. Ich mach jetzt erstmal gar nichts. Nein. Waaah. Run, run, run! Ich bin nicht so schnell. Oh. Ich bin nicht so schnell. Oh. Ich bin nicht so schnell. Das war was ganz Neues. Wir haben ja gerade eben den einen verpasst. Das war dann die Ausdecker. Ja, ja, ganz genau. Boah, hör auf, das ist gemein! Was denn? Was meinst du denn? Gar nichts. Nein, gar nichts. Da schluss wir doch! Da war wieder ein Nein! Ich hab ja nichts mehr zu verlieren. Ach ja, dieses The Next Test ist definitly impossible. Ja, du musst erst noch loslassen. Loslassen. Loslassen, ja. Ja, du musst auch von hier aus, weil wenn wir da durchgehen, löst sich das wieder auf. Ja, verdammt, ich hab's vergessen. Wo musste das noch mal hin? Da durch. Ich dachte schon, wir lassen das Team wieder fallen. GLaDOS ist geil, ich liebe GLaDOS. Beim Optimist ist das Glas halb voll, beim Pessimist ist das Glas halb leer und der Realist sagt, das Glas ist genauso voll wie es sein müsste. Nein! Doch! Der Realist sagt, das Glas ist halb. Nein! Doch! Nein, der Realist sagt, das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste. Nein, der Realist sagt, es ist halb. Der, äh, der Wissenschaftler sagt, es ist doppelt so groß wie es sein müsste. Also ich kenn's nur mit Realist, Optimist und Pessimist. Ne, ich kenn, äh, was da unten muss das hin? Jump! Ne, ich kenn, äh, ja, Optimist halb voll, Pessimist halb leer, Realist, das Glas ist halb, oder... Ach so, Moment, das kommt da unten hin. Oder, äh, Wissenschaftler, das Glas ist doppelt so hoch wie es sein müsste. Prost! Wieso fallen lassen? Fallen lassen ist langweilig! Wee! 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 Mahayuka! Wee! Ey, keine Schleichwerbung. Wir sind nicht illegal und wir bekommen dafür auch kein Geld. Also, das habt ihr nie gehört, Leute. Jaaa, natürlich nicht. Nein. Wieder nein? Ich bin, ich hab doch nichts mehr zu verlieren, verdammt! Jaaa, du brauchst wieder Randsporn. Leute, mach mal Vorschläge. Jaaa, haha. Ich will wirklich mal für Vorschläge. So, guck mal. Da unten. Die dreht sich jetzt. Da kommen wir gleich rein. So, aber die ist ganz... Ach so. Hm? Äh, wir kriegen die... Hm? Hm? Ah, ist ja gut! Hm? Ist ja gut, aber ich bin... Wöhöhöhöhö. So, und jetzt lass uns weiter machen. So, aber ich bin für alle Vorschläge offen, was Vorschläge angeht. Warte? Drück. Ach so. Verdammt, ich muss man... Ich dachte, man muss die Dinger dafür immer angucken. Oh Gott, ich hab die Dinger immer angestarrt und hab deswegen immer so ewig gebraucht, bis ich den Knopf... So angeguckt? Ja, genau so. Fail. Deswegen hab ich auch für den Level immer so ewig dann gebraucht. Jetzt haben wir ein Handy an der Tastatur und da hinten hin. Wow! Ähm. Da. Der schwarze Punkt ist meistens so ein Interclendermarker. Hat's noch gereicht? Ob ich lande jetzt richtig? Ich vermute nein, oder? Doch! Das klang wie... Ja! Wow! Verdammt, und wir waren zu langsam. Wir haben ein paar Runde Zeit. Ist hier schon mal eins in den Boden. Oder dahin ist ja langweilig. Ich weiß. Langweilig! Langweil mich! Langweil mich! Langweil mich! Langweil mich! So, noch nicht. Und... Durch. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da ganz knapp an der Kante stehen, damit wir da vorne reingucken können. Ich möchte jetzt meine Augen ruinieren. Oder zumindest die von der... Ich weiß gar nicht, wer heißt unsere Tusse eigentlich? GLaDOS? Nein, die... Achso, das Mädel... Die Tunte, die wir spielen. Ja... Okay, wieder so tolle böse Wörter. Die habt ihr niemals gehört. Guck dich mal. Guck dich mal. Guck dich mal. Toll, da ist ja gar nichts. Ja doch, es ist ein bisschen heller. Jaaaa, mir auch nicht. Soll ich mal aufnehmen? Ja, nimm mal auf. Moment, hier wird auch noch A da geklappt. Wieder! GLaDOS ist echt mein Lieblingsteil. Wobei noch cooler als GLaDOS sind eigentlich die Türme. Ja, die Turrets. Die Türme sind einfach niedlich. Und im zweiten Teil werden die Türme vergewaltigt. Sogar vergewaltigt? Ja, also erst wird da ein falsches Modell, also so ein total kaputtes Modell, was nicht ordentlich schießen kann und total behindert ist, reingetan. Und als nächstes wird dann von, ich weiß nicht, Portal 2 kennst du nicht, ne? Ich hab den Anfang davon gesehen. Ich bin bei einem Let's Player hinten dran. Dann spoilere ich jetzt mal ein bisschen für alle, die nicht gespoilert werden wollen. Bitte jetzt weg hören! Die Türme